Ähm, wirst du nochmal auf Grange zu sehen sein? Ich glaube, ich bin mir überlegen, ob ich Sonntag gehe. Eventuell bin ich mir überlegen, ob ich Sonntag gehe. Ähm, ob ich Sonntag nochmal auf Grange-Kermis gehe. So, jetzt können wir mal eben den... Alter. Äh. Wie nennen wir ihn denn? Wir haben einmal Pupsi, Gerd, Gisela. Sag mal Bescheid. Ja, gerne. Kennt den noch einer von euch? Kennt den einer noch von euch? Ich weiß es nicht. Kennt auch einer von euch den Gabberklaus? Von The Evil Within? Nennen ihn Bob. Machen wir mal bei der nächsten Spezies. Ähm, ich würde jetzt gerne... Was hatte ich denn vorgrab? Achso, wir wollten noch diese... Da, die Operationsbasis, ne? Operationszentrale mal machen. Da hinten ist das Vieh. Ähm... Kann es sein, dass du mich auf PSN gelöscht hast? Mein Name ist Baumi. Ich hab die... Ich hab... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab meine... Meine Liste... Äh, eine gewisse Zeit... Ich hab meine... Äh, meine Liste eine gewisse Zeit aufgeräumt. Also vor... Ist schon ein bisschen länger her. Kann sein. Das kann natürlich gut sein. Ähm... Kai, der Brecher wäre auch eine Idee. Ja, ich... Ich... Ich tu mich da immer so ein bisschen schwer mit... Mit Namen. Ich bin da nicht so sehr einfallsreich. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Guck mal, das ist Plutonium. Nehmen wir mal ein bisschen mit. Können wir gut gebrauchen. Hat er nicht gesehen. Hat er nicht gesehen. Boah, wie kommen wir denn da hin, bitte? Das ist doch... Ne. Sag ich nicht. Hat er nicht gesehen. Hat er nicht gesehen. Hat er nicht gesehen. Ich hoffe, wir kommen durch die Höhle hier nach da. Ich, äh... Bin mir da nicht so ganz sicher. Ich hoffe mal, dass wir durch diese Höhle kommen. Dass wir da zu dieser Operationsbasis gelangen. Oder Zentrale. Hab da nochmal eine Anfrage gesendet. Ach so, ja. Jetzt momentan. Also Anfragen auf PSN nehme ich sowieso nicht mehr an. Weil, äh... Ich hab das jetzt so gemacht. Ihr müsst hier Thaler sammeln. Ja, für Freundschaftsanfragen. Und, äh... Ab 50.000 geht's dann... Geht's dann los. Weil, äh... Ich hab sonst immer jeden angenommen. Und Tralala und Pipapo. Und mit den meisten hab ich gar nicht mehr gespielt. Oder, oder generell. Und kommt Outlast 2 noch dieses Jahr? Nein, wurde verschoben auf nächstes Jahr. Outlast 2 wurde verschoben auf nächstes Jahr. Ähm... Ja. Ne, wie gesagt, weil einfach, äh... Viele Leute einfach, äh... Nur auf der Liste sein wollten. Und ich hab einfach den Überblick verloren mit den Freunden, die ich... Mit denen ich regelmäßig spiele. Und... Oh. 25%. Dann sollten wir mal unser... Unser Sauerstoff wieder aufladen. Technologie aufgelöst. So. Schild voll, Energie voll. Werkbaustrahl ist auch voll. Alter, das... Komm, ein bisschen Zink nehm ich auch mit. Wenn wir schon einmal dabei sind. Ähm... Danke, vor... Speichern meinen Namen. Was, danke, vor Speichern meinen Namen? Nahtwo Game? Was, was Nahtwo Games? Was meinst du denn damit? Ich... Versteh's nicht ganz. Ah, wie süß. Ah, wie süß. Kannst du mir nochmal ein bisschen... Warte, 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 warte. Kannst du nochmal uns irgendwie so ein paar seltene Gegenstände bringen? Ja, du bist so niedlich. Voll niedlich. Habt ihr immer PSN geschrieben wegen, äh, Moderator? Ja. Aber wie alt warst du denn nochmal? Kupfer haben wir gefunden. Ach, guck mal an. Sehr gut. Sehr gut. Ich weiß nicht, was du meinst, Nahtwo Games. Ich, äh, hab keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, was du, was du von mir wolltest. Ich, äh... Der müsste mir mal folgen, das wär geil. Äh, anscheinend ist Bethesda an The Hero Wind 2 nicht abgeneigt. Ich glaube, ich werde es mir nicht holen. Also, ich bin mir nicht sicher. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich kann nicht... Ich kann... Hallo? Hattest du nicht gerade irgendwas gefunden hier? Ich seh den gar nicht. Wo ist er denn? Ach, wie süß. Der guckt da. Das ist voll geil. Ich bin Arzt dann. Achso. Okay. Ja, dann passt es ja eigentlich auch. Äh, äh... Dö, dö, dö. Was hat er denn da? Was hat er denn da? Was denn? Was denn? Wo denn? Was? Wo? Wo? Hier ist nichts. Haben wir schon entdeckt. Okay, ich, äh... Ich wollte mal... Halt, bleib doch mal. Jetzt bleib doch mal. Ja, bleib doch mal stehen. Da, das gibt's doch nicht, Alter. Wo ist er denn jetzt? Ach, der legt mich doch im Arsch. Ähm, nee, wir haben wieder was entdeckt. Das werde ich direkt mal hochladen, weil dann kriegen wir ja auch Pünktchen dafür. Das lade ich... Wie gesagt, Pflanzen lade ich einfach hoch. Das ist ja, äh... Ähm... See you will find ich nicht so dolle... Ich fang die Kameraführung sehr bescheiden. Es war nicht nur die Kameraführung. Wenn du wirklich lachen möchtest und wirklich mal sehen möchtest, wie ich mich doch sehr, sehr aufrege. Und, ähm... Ich das auch sehr gut getan habe. Dann guck dir einfach mal das Let's Play von The Evil Within natürlich bei mir auf dem Channel an. Und dann wirst du... Dann wirst du verstehen, warum ich The Evil Within hasse. Nicht wegen der Kameraführung. Nein, das war ja noch niemals das Schlimmste. Wie hieß nochmal der Kollege, den man da mitführt? Wie hieß der nochmal? Alter, ich hab den so gehasst. Ich hab ihn so gehasst. Oh, Zipfleinchen, ich grüße dich. Willkommen zu Let's Play Live Show. Hallöchen. Hör auf, der Mutti. Wenn ich mal mach, mach das. Ohne Spaß, so wiss ich. Also, es sind einige Folgen. Allein wie die Folgen schon heißen. Ich glaub, dass, äh, dann weißt du schon, weißt du schon Bescheid. Alter, 21 Zuschauer, ihr seid wahnsinnig. Vielen lieben Dank. Hallo. Oh, du bist so süß. Oh, du bist so süß. Warte doch mal. Oh, du bist so süß. Du bist so süß. Scheint, dass man sich nicht ducken kann. Finde ich ein bisschen merkwürdig. Hau bloß ab. So. So weit war ich gar nicht, dass ich, äh, jemanden dabei hatte. Ja, dann guck's dir einfach an. Dann wirst du verstehen, was ich meine. Generell. Also im Allgemeinen, was auch so. Also der Anfang war echt geil, muss ich sagen. Bei Evil Within war es so gewesen. Ich find dieses Spiel eignet sich super zum Quatschen. Es ist einfach, es ist so, es ist, ne, es ist echt so. Es eignet sich wirklich super zum Quatschen. Äh, ne, bei Evil Within, also ich fand den Anfang sehr geil. Also es hat echt einen guten Eindruck gemacht. Aber dann irgendwann, Alter, es ist so. Ah, ich will nicht so viel verraten. Für die Leute, die es nicht gesehen haben. Shinji Mikami, kann das eigentlich besser als Evil Within war sein? Schlechtes Spiel, ja, das stimmt. So, 43 Sekunden, da ist doch schon die Anlage. Und hier haben wir, glaub ich, ein neues Wort, was wir lernen können. Das machen wir direkt mal, Alter, 20 Zuschauer. Seid ihr wahnsinnig? Sicherheit haben wir grad das Wort gelernt. Ich, vielleicht, ich geh lieber hier lang. Und da haben wir eine größere Basis, ein größerer Außenposten. Vielleicht können wir ja da nochmal unser Schiff rufen. Aber wir sind ja jetzt auch schon wieder weitergereist. Und wir werden mal zusehen, dass wir dann mal versuchen, unsere Sachen zu verkaufen. Dass wir, ähm, ich würde gerne, ich würde gerne meinen, meinen Rucksack erweitern. Und ich würde gerne eine neue Waffe mehr kaufen. Und irgendwann dann so ein Schiff, natürlich auch. Das sind so meine nächsten Pläne. Man sollte sich hier echt auch so Ziele setzen, Alter. Das ist so, das ist einfach unfassbar, wie riesig das ist. Und wie lange wir hier schon langlaufen. So, speichern wir mal. Etient Grasland, aha. Ja, das passt ja. Ich packe gleich erstmal... Ich bin gespannt auf Remastered von Resi, Resi 2. Oh, da bin ich auch mal gespannt. Da werde ich ein paar Streams gucken. Ähm, ich glaube, ich packe gleich mein Trecker aus. Und dann spiele ich hier ein bisschen Farming Simulator. Ab da freue ich mich übrigens auch schon drauf, auf den Farming Simulator 17. Das ist interessant. Das Problem ist, hier ist eine Stahltür. Man könnte die jetzt zerstören. Ähm, ich weiß aber, dass wir Theater kriegen, wenn wir die zerstören. Ich würde aber gerne das mal ausprobieren mit der Waffe. Wie schnell wir damit sind. Und mit der allerersten, die ich hatte, hat das ewig gedauert. Ansonsten doch, da können wir unser Schiff rufen. Wie geil. Da, bei diesem Punkt da. Und wenn wir den Alarm abgeschaltet kriegen, kriegen wir noch ein paar einen Bonus. So. Du musst doch dahinter, äh, Minilaser, du musst doch dahinter den Wert schreiben, den du gambeln möchtest. Ja, also Ausrufezeichen Gambel und dann, äh, Leerzeichen den Wert. Also mindestens 50, Maximum 1000. Haben wir von irgendwas Doppelkohlestoff? Ja, komm. Komm, Plutonium hier, komm. Das finden wir immer. Weil ich will jetzt gerade mal so ein Überbrückungsschiff bauen. Können wir nämlich unser Schiff rufen? Yeah. Voll geil. So, dann probieren wir mal da rein zu kommen. Ähm. Was, was haben wir oft zusammengespielt? Was haben wir oft zusammengespielt? Ich bin mir nicht ganz sicher, wovon du gerade redest. Ähm. Huch. Erstmal sicherem Abstand machen. Na, die haben uns schon... Na, verdammt. Wächterkampfeinheiten im Einsatz. Ja, 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 ja. Wächterkampfeinheiten im Einsatz. Sehr schön. Kann ich das als Wehrentfernung auch machen? Geht die Tür dann auch? Oh, oh. Oh Gott. Höh. Was, Alter? Höh. Willst du mich verarschen? Okay. 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 Ich will nicht sterben, Alter. Ich will nicht sterben. Oh Gott. Äh. Lass mich. Lass mich durch. Jetzt haben wir ein bisschen Action. Ihr wolltet noch Action. Survival! So. Ähm. Was, 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 was? Und kann ich dann mit dir und anderen Freunden von dir... Was? Das haben wir oft zusammen gespielt. Landwirtschaftssimulator haben wir oft zusammen gespielt. Kann ich gar nicht sagen. Und kann ich dann mit dir und anderen Freunden von dir LS-17 spielen? Von mir LS-17 spielen? Ach, mit mir LS-17 spielen. Äh. Ist und Uncharted und waren oft in einer Party. Ja, das macht sein. Das macht sein. Das kann alles... Ich bin mir da nicht mehr so sicher. Es waren so viele Freunde auf der Liste. Ich keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch, dass einige Leute sehr oft genervt haben. Und auch meinten, einfach Sachen zu ignorieren. Wo ich gesagt habe, das geht gar nicht. Wie zum Beispiel letztens in der LPLS-Gruppe auf der Playstation. Meinten einen ja einfach mal Werbung zu machen. Für ihren eigenen Channel und bla bla bla. Und tralala und Videos. Nachladen. Schnell, 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 schnell. Ich hoffe, wir kriegen die Tür offen, bevor die Wächter uns kriegen. Das wird knapp. Ich muss nochmal nachladen. Jawohl. Läuft. So. Hier können uns die Wächter nämlich gar nichts. So. Jetzt ist hier Alarm. Voll die Action. Sollen wir eben hier Multiverse-Funktions-Werkzeug-Technologie mitnehmen. Und den Alarm abstellen. Aber dazu müssen wir erstmal was machen. Ich öffne eine Linse mit militärischen Errungenschaften, die auf den Upload wartet. Es gibt Bilder von entfernten Schlachten, blutverschmierten Robotern und enorme Explosionen. Ein Begleitschreiben erwartet ganz klar etwas im Gegenzug. Doch der Autor entschloss sich, es nicht zu senden. Kriegsaufzeichnung bearbeiten, Kriegsaufzeichnung senden. Wir haben ja ein paar Worte jetzt schon gelernt. Ehrenhafter Krieger, Tod, Tod, Tod. Krieger entlohnen. Entlohnung. Ich würde mal sagen senden, ne? Ehrenhafter Krieger. Ich vermute mal senden. Ja, war richtig. Und dadurch lernt man dann auch diese Wörter. Darum geht es. Weil sonst würde man jetzt gar nichts verstehen, was da gemeint ist. Und das ist schon sehr, sehr geil. So, äh, was habe ich denn hier? Ich vergleichen. Ach, eine neue Waffe. Sechs Plätze vergleichen. Schauen wir mal. Sieben Plätze. Okay, die ist kleiner. Die hat weniger Plätze. Hat dafür aber... Behöht den Laserschaden durch den Bergbaustrahlenkampf zusätzlich. Plus zwei sogar. Und plus drei Reichweitenerhöhungen. Ich glaube, ich nehme die mal. Achso. Kein Analvisier habe ich jetzt gerade gelesen. Ich weiß nicht warum. Es ist, äh... Aber wieso ist doch... Achso. Technologie installiert. So, okay. Ähm... Ja, haben wir das? Ich glaube, durch die Tür kommen wir nicht, ne? Nein, da brauchen wir immer noch den Pass. Ach genau, diesen Pass müssen wir ja auch noch machen. Den Atlas-Pass. So. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen... Gehen wir mal zum Schiff. Wo ist das? Da ist das Schiff. Ich versuche mal hier drüber zu fliegen. Nehmen wir einfach mal die Abkürzung, anstatt außen rum zu laufen. Ähm... Was wollte ich machen? Genau. Ich wollte die Sachen verkaufen, die ich jetzt gesammelt habe. Ich könnte natürlich jetzt... Wir haben... Haben wir noch Platz im Raumschiff? Wir können... Erstmal die Energie aufladen. Können wir denn... Warte mal. Ich stelle mal ein paar Produkte her. Wir brauchen nämlich... Die Materie brauchen wir. Und dann können wir jetzt... Ähm... Ah, Tamium brauchen wir noch. Okay, wir müssen mal ganz schnell nach Tamium gucken. Wie bekommt man den Atlas-Pass? Äh, das werden wir gleich mal machen. Weil ich kriege die ganze Zeit eine Anzeige, dass wir... Ähm... Ins Weltall fliegen müssen. Um den Atlas weiter zu verfolgen. Äh, Tamium. Wir sammeln mal eben schnell Tamium, damit ich hier nochmal für den Warpsprung so ein bisschen schon mal vorgeladen habe. Sorry, doppelt geschrieben. Ähm... Mann, ich muss die TV richtig einstellen. Warum? Tamium. Wollen wir noch Tamium? Da oben könnte Tamium sein. Oder da vielleicht? Weil ich will mich nicht schon wieder so weit weg entfernen. Ich meine... Es ist so geil. Es ist... Ich könnte echt stundenlang rumlaufen. Ja, das sieht ab Plutonium aus. Weiß noch gar nicht. Oh Gott. Ich laufe hier... Äh, geh weg, lass mich. Lass mich, du stinkst nach Maggi. Geh weg. Ja, das ist alles Plutonium. Super. Werde ich mal in die andere Richtung gelaufen. Geh weg. Ah, hier, guck mal. Bin hier einfach mal glatt vorbeigelaufen. Ich denke mal, hier wird er uns nicht kriegen. Man sollte hier nicht so schnell rennen. Ist mir gerade mal aufgefallen. Weil einfach, äh... Ja, es kann so schnell passieren, dass man hier einfach am Berg runterfällt. So, das Tamium nehme ich auch nochmal mit. So, dann gucken wir mal. Können wir jetzt... Äh... Nein, 83 von 100 haben wir. Okay. Ähm... Wie alt wart ihr, als Resident Evil im Jahre 1996 rauskam? Ich war 24 damals. Ähm... 96? Ja, weil ich mal... Ich bin jetzt 31. Baujahr 85. Da kannst du dir ausrechnen. Ich war in Mathe nie gut. So. Schauen wir mal nochmal eine Warpzelle her. Technologie aufgeladen. Ich glaube, den Hyperantrieb, den können wir sogar auch später auch nochmal verbessern. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ist das Schiff zu weit weg? Ja, ist natürlich klar. Dann gehen wir mal wieder zum Schiff zurück. So, ähm... Beim ersten Teil war ich 8, glaube ich. Und bin nie weiter bis zum ersten Zombie gekommen. Das glaube ich allerdings. Der erste Zombie war schon gruselig bei Resident Evil 1. So. Dann schauen wir mal. Also... Kann ich hier... Ich übertrag das mal in den Rucksack. Dann haben wir hier wieder ein paar Plätze frei im Raumschiff. Und dann können wir nämlich jetzt ins Weltall fliegen. So. Heben wir mal ab. So. Hui. Achso, wer war das denn nochmal gewesen? Wer gesagt hat, ich sollte nicht so übertreiben mit der Größe von dem Planeten. So. Kann er mal in die Richtung fliegen? Dann sieht man mal ungefähr, wie groß der Planet immer noch ist, wenn wir in die Richtung weitergegangen wären. Ähm... Ja. Der Zombie, der ist so... Ich glaube, das gehört schon so zum Kult, dieser Zombie, der da am Knabbern ist. Guck mal, da unten ist auch eine Basis. Guck mal, da unten ist auch noch mal eine größere Basis. Hier finden wir natürlich auch weitere, ähm... Hilfsmittel und alles. Aber... Ich glaube... Und man sieht, das erstreckt sich so weit. Was ist das denn da hinten? Ist das ein Mond? Ich glaube, es gibt ja einen... Ich glaube, einen Mond gibt es ja, glaube ich, hier. Und ich weiß noch gar nicht, wie lange das dauern würde, bis wir jetzt zum Mond fliegen könnten. Kommst du mit mir auf den Weg zum Mond? Alter, 24 Zuschauer, seid ihr wahnsinnig. Vielen lieben Dank und willkommen zur Let's Play Live Show. So. Dino Crisis fand ich auch super. Das sind so geile Spiele gewesen. Auch damals Turok auf dem N64. Boah, was habe ich das geliebt. Das war so geil. Ich frage mich, ob das jetzt der Mond ist, wo man vielleicht auch hinfliegen kann oder nicht. Ich... Ich fliege mal ins Weltall, ja? So. Da wären wir auch schon. Ne, ich glaube, das war... Ich glaube, das war der Planet. Der ist auch noch unentdeckt. Ich möchte aber... Warte.